In den Sommerferien nichts zu tun? Städtentritt fällig? Wir zeigen euch heute die drei besten Reiseziele im Kanton Aargau. Natürlich, dass Schloss Lenzburg nicht fehlen. Die gilt als besondere Touristenattraktion. Was so besonderes an dem Schloss ist, ist, dass es zu den ältesten und bedeutendsten Höhepurgen der Schweiz gehört. Immer wieder haben Wellen von grossen politischen Ereignissen und Geschichten an den Mauern geschlagen. Das ist Ahal Willersee. Er ist perfekt für eine kurze Abkühlung. Den Tag mit seinen Familien oder Freunden zu geniessen und den Wald zu brillieren. Jetzt sind wir natürlich auch noch in der Altstadt von Aarau. Aarau ist bereits im 12. Jahrhundert von den Grafen gegründet worden. Ab 14.15 Uhr ist Aarau als Unterstadt von Bern anerkannt und schlussendlich als erste Hauptstadt im ersten Jahr der Helvetischen Republik der Schweiz gegründet worden.